Wir möchten den Rohbau unseres Tutorial-Gebäudes zur weiteren Verwendung durch einen am Planungsprozess beteiligten Fachplaner als IFC-Dateiformat exportieren. Öffnen Sie die Datei 13.ifcexport.vwx Im Dialogfenster Organisation blenden wir vorerst alle Klassen aus. Klicken Sie dazu im Bereich Status mit der Alt-Taste in die zweite Spalte. Geben Sie im Suchfeld nacheinander die Begriffe Tragend, Beton und Mauerwerk ein. Bestätigen Sie jeweils die Eingabe des entsprechenden Filtertextes mit der Enter-Taste und schalten Sie folgende Klassen sichtbar. Wählen Sie Menü-Datei den Befehl Export IFC-Projekt. Aktivieren Sie unter Export-Optionen nur Objekte in sichtbaren Klassen und Ebenen exportieren. Überprüfen Sie im Reiter Ebenenstruktur die Anzahl der für den Export ausgewählten Geschosse. Klicken Sie auf OK. Speichern Sie die zu exportierende Datei unter dem Namen rohbau.ifc ab.